Zu Fleische geworden wird er auf die Erde zurückkehren, um Krankheit, Hass, Tod und Sünden zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Auslöschung der menschlichen Rasse Die Auslöschung der menschlichen Rasse Die Auslöschung der menschlichen Rasse Wer das Böse besiegt, kann nicht selbst Böse sein. Wer das Böse besiegt, kann nicht selbst Böse sein. Wer das Böse besiegt, kann nicht selbst Böse sein.